Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Remake. Heute schließen wir den See ab. Ich glaube, das ist jetzt mindestens den L-Gigant, äh, der Lago, meine ich, der Lago-Kampf mitgerechnet und so. Die dritte oder vierte Folge, die wir schon auf dem See verbringen, oder? Na, dann wird es aber Zeit, dass wir uns hier mal aufmachen. Deswegen steigen wir jetzt in unser Bötchen, holen uns die letzte Rätsel-Insignie und dann geht's ab Richtung L-Gigante und so. Leon, was ist los? Was war das für eine Erschütterung? Nehmen wir noch den kleinen Fisch da mit. Oder auch nicht. So. Let's go! Fahre ich richtig? Ne. Let's go! Okay, ich bin echt gespannt. In der Höhle gibt's normalerweise überhaupt keine Gegner. Aber, ne, wie gesagt, dem Bot trau ich alles zu. Dass gleich irgendwelche unsichtbaren Insekten von der Decke hier droppen. Ich bin ehrlich, der letzte Wurf war reines Glück. Ich hab die nicht mal gesehen, die Forelle. Lustig. Okay, alles durchgeladen, oder? Nur für den Fall. Man weiß ja nie. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. Okay, drei Schlangen. Okay, drei Schlangen. Drei Schlangen, normaler Bogen, heilige Dreifaltigkeit. Wirklich, kein Gegner hier drin? Ah, guck mal. Das ist ja schön. Das freut mich. Okay, der Bereich wirkt aktuell noch sehr originalgetreu, ne? Aha. Aha. Es hätte mich doch gewundert. Aber hier oben sollte ich ehrlich gesagt safe sein, oder? Es sei denn, ich schaff's nicht, dass ich die runterschubse. Dann haben wir echt ein Problem. Shit. Schon lustig. Schon lustig. Ich könnte jetzt ins Boot steigen und Granaten, äh, Quatsch, und Harpunen werfen. Aber ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Dass die dann wieder nix droppen, wenn ich die nicht fair töte, quasi. Deswegen mach ich's jetzt lieber nicht. Hallo? Bellas ist das? Kommt ihr wieder runter? Seid ihr kaputt? Hab ich eure KI kaputt gemacht? Seid ihr nicht gemacht für das hier? Ich glaub, sie sind kaputt. Naja, okay. Soviel zum fairen Kampf, ne? Aber was soll ich machen? Ich kenn's sicher nicht da hoch. In manchen Gebieten funktioniert halt einfach die Wegfindungs-KI scheinbar nicht so gut. Ich find's lustig, dass die eine die andere grad niedersägt manchmal so ein bisschen. Warum machst du das? Ich dachte, ihr seid ein Team. Äh, ähm... Äh, 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 äh... So, dann war's nur noch eine. Na? Jetzt ist sie wirklich kaputt. Geht doch. Oh, köstliche Edelsteine. So, cool. Das war doch mal was. Ich hab's mir gedacht, ey. Ich hab's mir so gedacht, dass der Mod uns nicht einfach so mit dem Schatz gehen lässt. Das war ziemlich klar. Aber dass er gleich wieder zwei Bellassisters uns entgegenwirft. Oh ja, so ist das eben. Oh, ich dachte schon, es ist ein Goldbahn und dann waren's wieder irgendwie Fünf-Schuss-Pistole, naja. Kannst du nix machen. Okay, Sie-Popeisi, let's go. Auf zum Atem. Wir haben alles, was wir brauchen. Doch noch lange nicht genug. Jetzt fahr' ich aber erst kurz zu dem Steg da, weil ich jetzt das Schieberätsel noch schnell mache. Weil ich weiß wieder nicht, ne? Ich weiß nicht, ob uns nicht wieder irgendwas in der Höhle mit dem letzten Rätsel erwartet. Ich war kurz zu leise, weil ich aus dem Fenster gucken musste, wenn ein Hündchen vorbeigegangen ist. Wenn Hunde Gassi gehen, dann kann ich nicht hinschauen. Okay, jetzt passt auf. Das Lösungsrätsel ist, wenn man's weiß, super einfach. Man muss nur in der richtigen Reihenfolge. Ja, genau. Das ist es nämlich schon. Götze. Götze, George. Okay. Ja, schön. Ja, wisst ihr was? Ich geh kurz zum Händler und Speichern. Ich weiß, ich geh viel zu oft zum Händler und Speicher, aber ich mag den Kerl einfach und ich vermisse ihn. Wenn ich so ein bisschen auf Abenteuerjagd bin und so, dann kommt schon immer so eine Sehnsucht nach dem Händler auf. Da muss man manchmal, muss ich einfach kurz vorbeischauen und Hallo sagen. Händler, ich hab gar nichts für dich, außer eine Götzenstatue. Wahrscheinlich werde ich nichts kaufen, aber du bist mein einziger Freund. Bitteschön. Oh, yeah. Go, go. Chick, chicka. Okay. Coolio. Ah, warte mal. Ich hab mir... Ich hab noch nicht mal... Ich mein, ich werd sie auch nur in Notfällen benutzen, ne? Aber eventuell kommt gleich so ein Notfall. Deswegen legen wir uns mal die Broken Butterfly ins Schnellauswahlmenü. Unser Inventar ist wirklich prall gefüllt, ne? Mit schönen Sachen, die das Looten schöner machen. Na, das Looten nicht schöner, aber das Kämpfen. Oh, ich hätt gern mehr Inventarerweiterungen. Ohne Witz, aber die Inventarerweiterungen muss man sich auch echt hart verdienen in dem Spiel. Okay, Leon. Hä, wenn der nach Hause kommt von der Mission, ist er seine Kniegelenke komplett im Arsch, von welchen Hühn der immer runterspringt. Außer der Plagger, ne? Der Plagger repariert ihn. Vielleicht ist er auch, wenn er nach Hause kommt, so gesund wie nie, weil der Plagger so gefährlich die Dinger sind und so, ne? Bla, bla, bla. Wir wissen's. Aber eventuell... Ah, ich hab hier nen... Oh nein, ich hab hier nen... Aber wisst ihr, das ist ein Erweiterungsschatz. In dem Mod krieg ich dafür fünf Pistolenmunition. Da gehen wir jetzt nicht hin. Aber ich nehm auch den anderen Steg. Ich geh ja nicht nochmal den ganzen Weg hier. Komm. Da geh ich nicht nochmal hin. Ne, ist doch jetzt Quatsch. Aber ich würd schon gern... Aber es ist kompletter Quatsch. Leon, passen wir bitte auf hier. Ne? Wir kennen das Spiel mittlerweile gut genug. Den Mod. Geh vom Schlimmsten aus, Leon. Okay. Ah, noch sind die beiden Köpfe nicht eingesetzt, ne? Okay. Okay. Okay, ich hör keinen schreien. Ha. Naja. Dann trauen wir der Ruhe mal, ne? Okay. Ich bin im Boot. Ach nee, nee, nee. Es funktioniert nicht mal die Tür. Okay, ich lass es wirklich. Leon, dreh dein Boot um. Hauen wir ab. Nix wie weg hier. Wir haben einen eventuell unglaublich krass epischen Bosskampf vor uns. Die haben bestimmt in die El Gigante Arena andere Gegner platziert, die mit ihm gemeinsam kämpfen werden. Vielleicht kommt da Wolf, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Hallo. Er nimmt mich auch fremder immer noch. Ach, ich dachte wirklich, ne? Soll ich? Nee, die TMP eigentlich, ehrlich gesagt, will ich die TMP-Stütze nicht. Okay. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich befürchte, es kann losgehen. Let's go. Gloria las Plaga. Ah ja, genau. Ah ja, genau, oder? Come on. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Arschloch. Aber ich lasse den jetzt nämlich absichtlich die Häuser zerstören, wenn ich reinkomme. damit der nämlich auch die Messerwerfer auf den Dächern gleich für mich erledigt. Ich glaube, das ist schon mal gut. Oh, ich habe keine Blendgranaten, ey. Oh Gott, ey. Die haben mich ganz schön in der, in der Mangel unter Dauerbeschuss. Oh, ist das gemein hier. Das ist schon sehr gemein hier. Das ist schon sehr mies. Oh mein Gott. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich, wie ich hier am besten vorgehen soll. Okay, der ist schon mal tot. Eine Blendgranate hätte hier schon sehr viel geholfen jetzt. Aber gut. Gut. Okay. Das ist schon mal gut. Da hinten steht auch noch einer. Ich dachte, ne, wenn der das Dach runterhebt, tötet er die irgendwie oder so. Aber gut. Mach ich das halt. Okay. Wolfi. Coolio. Das ist doch der Hund. Das war gerade so unnötig und dumm, aber irgendwie auch cool. Warte mal, kämpft jetzt der Hund auch gegen andere Hunde? Ne, das ist ja nur gerade Zufall. Das wäre so episch. Du willst helfen? Das kommt mir ganz gelegen. Okay. So gefällt mir das. Ja, daneben, das wird gehen. Ist der gerade voll daneben gegangen, der Schuss? Wirklich? Ich meine, das Zielfenster ist auch sehr groß, aber naja. Okay. Hat gereicht. Oh, scheiße, Mann. Beinahe wäre ich als Briefparte geendet. Okay. Jetzt aber zur Kirche. Das war's wohl. Das war's wohl. Das war aber schon eine ganz schön kleine Kammer für so einen El-Gigante, ne? Der war da schon ganz schön eingepfercht. Die hätten ihm echt eine komfortablere Unterkunft wenigstens geben können, ihrem angeblich, ach so, heiligen Sohn. Naja. Naja, war dann Magnum ein ziemlich easy Kampf. Ah ja, genau, Hundi. Hey. Vielen Dank. Du bist der beste Charakter im Spiel. Und ich liebe dich. Noch mehr als den Händler. Aber wenn irgendwann mal ein Spin-Off von dir und dem Händler kommt, dann kann Capcom all mein Geld haben. Ich werde den einfach direkt alles von meinen ganzen YouTube-Einnahmen überweise ich den monatlich direkt auf deren Konto für diesen Wolf-und-Händler-Spin-Off. Scheiß drauf. Mehr brauche ich nicht im Leben. Dann bin ich glücklich. Der Händler und der Wolf. Der Händler und der Wolf. Jeder kann sie sehen, doch keiner sie verstehen. Der eine ist ein Wolf. Der andere redet mit einem irischen Akzent, obwohl er irgendwie Spanier sein müsste oder so. Man weiß es nicht genau. Der Händler, der Händler und der Wolf. Wolf, 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 Wolf. Dem, dem. Ah ja, genau. Das ist im Remake echt cool gemacht, muss man sagen. Weil der Wolf hier mit seiner mutierten Rücken-Vorschau, der kriegt eine eigene Sequenz, aber nur, wenn man nicht schon gegen den optionalen Wolf auf der kleinen Insel gekämpft hat. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich hier einen Schatz übersehen habe. Ah, ja. Ah, okay. Das überspeichern wir kurz. Aber natürlich, glaube ich. Oder? Doch. Machen wir für heute Schluss. Das passt von der Zeit her gerade ganz gut. Und dann befreien wir beim nächsten Mal Ashley und gehen ins fünfte Kapitel. Es geht dann schon schön langsam Richtung Finale vom Dorf. Wir haben jetzt quasi nochmal Dorfplatz. Ja gut, wir können nochmal zurück in die, auf den Dachboden. Ja, warum nicht? Okay, nehmen wir die optionalen Quests und sowas mit. Dann haben wir schon noch ein bisschen was vor uns. Ja, haben wir schon noch ein paar Folgen. Dorf auf jeden Fall. Dorf machen wir. Also ich kann euch sagen, wir machen in dem Mod definitiv den Dorfbereich zu Ende. Aber dann gucken wir mal. Aber ich denke, ich habe schon Bock, dass wir weitermachen. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich sehe es ja auch an den Klickzahlen. Aber Kommentare sind auch gut. Und bestellt bei Holy. Je mehr bei Holy bestellt, desto mehr Folgen machen wir. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschö.